Hä? Ja, jetzt kaufen wir den Panzerwohnen. Aber ob der da drinnen aushält will, dann brauchen wir den anderen, ja. Ja, jetzt schießen wir mal von draußen wenigstens alles zusammen. Ja, ist halt zu wurscht, oder? Machen wir den anderen Auftrag. Mit der Fliege abschüttet. Warte, jetzt hast du deinen Raketenwesen. Wanns drauf wo wir sind? Ja, eben. Hä? Eben. Und der andere hat's mit dem Fernseher abgeschossen. Der ist auch immer ein Hausdach gewesen, halt dann. Ja, eben, aber den musst du ja sehen. Aber wie gibt der nicht her? Ja, du musst ja bei mehreren, verschiedenen Videos so schauen, dass du vielleicht sechst, wie der geht. Da ist ein freier. Du musst ja immer wieder schauen, weil jeder hat's ein wenig anders. Ja, ja. Ja, ja. Weil da, wenn da ist, wo die Stadt ist, wo das Rundell ist, da steht ja meistens am Brunnen, am Rundell ab. Ich weiss schon. Mhm. Ich will den Autosch... Ja. Du sechst ja das, wie der Sander näher ist. Da sind die Waffen ganz anders drin in den Kisten. Ja. 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 Schau sie Lass mal zum Wurz ich habe mich nicht mehr gebraucht ULTRA 1, vermehrte Aktivität bei deiner Position. Bleib wachsam. Wenn da 4 Meter im Arm sind, du. Ich hab jetzt überall ablenken lassen mit den Heiser Medipacks und den Kranopf. Ich hab bloß g'schaut. Ich hab bloß g'schaut. Das ist schon zu viel. Und dann... Ich geh mal wieder da umheber. Irgendwas ruckelt den da schon wieder. Hier, Halsketten für 10 Dollar. Hast du das gesehen? Warum ruckelt das ja so? Das ruckelt den P. Hallo, hörst du mich noch? Ja, alle hören dich. Hi. Hi. Hi, irgendwas zugetan. Du bist auch so stark. Ja. Du hast schon wieder oben, du hast alles ausgeräumt. Achso. Dann war noch ein Player da. Boah. Hahaha. Ist doch nicht scheiße hier drin, du anscheinend. Bist du, bist du schon oben, oder was? Ja, du bist ja schon lange oben, du Grummel. Ich bin hier unten. Ich bin hier unten. Halt. 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 Ist schon ein Munitionsding gehend? Auf. Halt. 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 Mulitionslager. Ah, größer Rucksack hab ich schon wieder. Wo ist denn das für Fuchs, du Kandil? Eih, die richtigen Platzsuche? Nid, nid den Schmori. Ah, da ist ein Schüler, die... Schmein rum, Schüler! Oh, genau, in meinem Traumar, wie du sagst. Da oben, da oben war der große Rucksack. Ich lass da unten suchen. Okay, er... Er ist da schon wieder, oder Kassel ist schon wieder geblündert. Das ist nicht der Wahnsinn, der Kassel, der Kassenplünderer. Oh, er ist so schnell und hau den mal ab und vergiss das Wichtigste. Eine 500er Festplatte. Der Mehrwert wird ein 100er da, in der Kasse. Da, 600er... ... das ist wieder der... ... die Kassenplatten, ich... ... die Kassenplatte. Also... Mach die Bierzeh! Mach die Bierzeh! Ja, das ist jetzt noch... Du, wohn auf, nerv schoog... Wo ist der? Immer durch die Scheiben durch. Das ja gescheit wird, damit die anderen alles sich hören. Ich hab's hier nicht gefetzt. Erhöhte Aktivität im Gebiet. Aufpassen! Aha, da war er schon hier rin. Paprieten hatten wir auch schon wieder. Können wir dabei mit dem Miet nehmen? Oh, was geht denn mit dem Miet? Hä? Am Ruchigen ist bei mir jetzt so. Der ist aufgeliehen, der ist aufgeliehen. Ach, Mann! Was ist das? MMP 64? Das ist eine Krebscheide von dir. Ich hoffe, er ist so gut, dass ich aufpassen muss. Was? Was? Du hast einen Miet-Pack-Schwieder. Als Wohler ist es begonnen. Ich bin ein Mieter. Körger, im Lösen. Körger, im Lösen. Ich weiß gar nicht mehr, wo hie damit. Ich hab so viele Panzerplatten, ich weiß gar nicht mehr, wo hie damit. Ich muss schon wertvolle Sachen raus tun. Ja, sag mal. Was? Das ist ein Ganty, du. Für den Pet hast du ihn schon. Ich hab gar nichts Pet. Ich hab gar nichts Pet. Was? Das ist ein Bett. Ein Bett? Bin ich nicht. Bist du da jetzt bitte wieder? Nein. Die Tür, zwei, zwei. Dann fang ich ja wieder zu Wort. Na, die muss ich einfach fast heben, mitnehmen. Weil die ist ja brutal, das ist ja drei Sterne, du. Was? Nimm's halt mit? Drei Sterne. Ich hab ja die gleiche Null Sterne und jetzt hab ich eine mit drei Sterne die gleiche. Null Sterne? Der ist schon wie Erdler halt von Luft. Ich glaub ich spiel. Ein Laptop. Ich weiß gar nicht mehr wohin mit dem ganzen Zeugs. Ich kann nix mehr mitnehmen weil ich so viel wertvolle Sachen da hab. Der ist ja ein Puppenlasterling. Also das geht ja gar nicht. Ja du bist der Puppensammler. Der ist ja schon enttäuscht der Puppen. Ich glaub der zum Chemiker ist das. Dann schießen sie alle auf den und wir räumen einen Chemiker. Ey warte mal. Ey. Ey. Du hast ja ein Pett von Scheibs. Ey warte mal. Verzögerln. Ey. Scher. Da. Ich bei hab's für dich. Wenn's ist. Da. Nimm den. Das ist mein Testament. Wenn ich draufgehe. Ja genau. Dann gibts das ab. Ja genau. Dann gibts das ab. Mit dir stirb ich immer so oft. Ey du hast ja verkauft. Wo ist der verkauft? Du mal du den Waffending weg da. 400 Kilometer. Wir waren da herren. Ja genau. Ja genau. Da ist er schnell. Beim Verkauf ist er ganz schnell. Und ich rinn. Davon die Spinn's vorbei. Da stehen ein Tor und Tor. Weil wie das ausschau, hab ich nicht von den Dingen aus gestürmt. Ich hab was dabei für dich. Ich hab es mit dem ganzen Sachen. Ich hab es mit dem Wasserblotten. Wasserblotten, okay? Warte mal, komm. Den stimmt. Hast du jetzt schon einen großen Rucksack? Ja, im Mitteln hab ich. Ich mein, sie ist so verzögert grad. Im Übrigen, scher. Da scher. Ich geb dir was. Scher. Jetzt hau dann wieder so einen Schmarrherr. Dass du ein Puderbrot schmieren kannst in der frühe morgen. Für die Frühschicht. Zehn Dollar. Für das also ein Kinderspielzeug, ist das schon gescheiter. Hab ich keine. Ich hab noch gar keine Steams. Wer schießt denn da? Ja, das gibt's. Du... Was? Uhren. Da hast du nicht einen Raketenwerfer. Hä? Hast du einen Raketenwerfer? Sag. Da wär auch die Werfer drinnen, die du brauchst. Auf die zum Pollern. Auf die zum Pollern. Hä? Ich wirf noch schon wieder eine Raketerl. Granatterl. Das ist nicht... Ich schwierig. Da bin ich répond, Wo stehe ich? Das ist bei ihr. Ja, bin ich in der vorne getreten. Wo ist denn das? Hallo? Ich häng da. Ich flieg aus. Ah, geh. Zeitüberschreitung. Ach, geh. Mei, ist das ein Scheiß mit dem Ding. Hallo? 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 Bist du jetzt rausgeflogen? Ja, ich bin jetzt draußen. Am Anfangsmenü war ich. Jetzt kann ich wieder die Waffen auswählen. Aber deine Waffen sind weg, oder was? Ja, gar nicht. Zeitüberschreitung. Rausgeforfen. Oh, mei. Das Spiel. Bist du noch drin, oder was? Ja, schon. Hast du keine Zeitüberschreitung? Ich bin jetzt nicht rausgegangen hier. Ja, Wahnsinn. Was du für ein Glück hast. Mit ganzem Rucksack, alles wieder wie den Arsch. Zwei Stunden. Zwei Stunden. Wartezeit einmal. Super Waffen. Okay. Du hast das jetzt alle vernichtet, ja? Deine Knoppers. Nein, nein, nein. Das ist halt aber durchgelangen. Knoppers hab ich ja nicht. Schoko-Grossis haben sie. Schoko-Grossis. Achtet auf andere Söldner im Gebiet. Oh, leg, die hat er. Was? Das ist doch auch eine gute, oder? Nein, die Schropflinten ist ja gut. Die hat ein Zielfernrohr. Die haut voll weg, die hat sieben Schuss, gell? Sechs. Die haut voll weg jetzt. Ja. Du musst jetzt schnell ankillen. Wo ist denn einer? Der wird wild scheiße gehen. Die haut das weg jetzt auch. Du musst jetzt. Du schießt auch ganz schön. Also nicht mehr so schlecht. Ja, Schropflinten ist ja noch meist für den Arsch. Acht voll da neben mir. Jetzt rennt er. Ja, da rennt er. Ich bin der nachgeladen, du. Ich hab was abgekriegt. Oh, leg, bin schon hin. Die warf ist ja Katastrophe. Ich schaue von Honig. Ja, hat er gesagt. Das hat mich von Honigblas, die er verkauft haben. Ich bin getroffen. Wo? Was ist denn jetzt, du? Ja, geh mal. Warte mal, ich mache die Tiere auf. Ich sterbe hier. Da ist noch scharf. Ich meine, das wird eng. Da oben habe ich eh ein kleines nächsten Gebäude, das ist einer da drin. Warte mal. mein bist du ja noch zu schärmen ist ein bisserl verzögert wenn sie so ist ein wenig verzögert die augen offen meine gede das gibt es ja nicht die waffen ist ja nicht platziert das ist wieder davon die hat uns gleich zerrissen ehrlich doch Ja, haben sie gleich drauf geschossen, den Schwanz. Da im Haus ist eh gleich auf. Nein, bis ich da zielt, ist ja der Wahnsinn. Ah, jetzt haben sie nichts angeschossen. Jetzt muss ich zu dir. Warte. Stirb nicht. Wo bist du denn da? Achso, es war da dringend. Ich hab dich. Ist noch da dringend im Gebäude. Nein, im Gebäude war er gar nicht. Ich bin eher Stufe 1 gewesen mit dir. War daneben, weil er Waffe auf dem überhaupt, da war er damit gleich zusammen geschossen. Ja, da ist ja gar keiner. Ah, ist ja gut. Ist ja gut. Ja, sag mal. Schieße an mich. Zwei Leiderdorf. Mei, bist du ja nachgelobt. Ich hab was abgekriegt. Warte da, Ruder! Okay, du halt. Ich halte Leiderdorf. Ja. Ja. Ich hab da nicht dabei nichts. Ich will jetzt die Kranaten, ich will ja die werfen. Okay. Also die Waffen ist eine Katastrophe. Ultra 1. Aufträge, die Geld einbringen, sind auf der Taktikarte markiert. Hallo? Ist da jemand zu Hause? Hallo, ich bin ich. Ich schaff dich wieder auf die Beine, Kumpel. Ich hab mir eher wieder Medis... Medis... Ja! Ich hab mir jetzt... ein Medipack gekauft fürs Auto. Und ein Spritzen hab ich mir eingelegt. Okay? Dann hab ich wieder ausgeräumt da. Was? Ja. Nein, ich war jetzt... halt beim Mehlkaufen. Und hab ich übrig. Was? Ja, Medipacks fürs Auto und ein Spritzen. Ja. Ein Spritzen. Ein Spritzen fürs Auto und ein Medipack. Dackel. Die schnell wieder. Hä? Die. Schieß auf die, nicht mich! Da trieb ich auch komisch, gell. Was sagen wir mal, die verzichten. Ich muss jetzt die Maus irgendwo einmal herkaufen. Oder? Nein, die. Die sind brutal. Hey, du hast ja Gasmasken, wenn du brauchst, oder? Ja, woi. Ernten. Ernten. Dora, Dora. Du sagst, ernten. War ja grad da. Ah, Dora, ernten. Was? Ja. 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 Die. Ja, der schlitz ist ja weg. Du, du, du. Die Waffen ist ja sowas. Fest zum Schlüssel. Das ist der gleiche wie ich hab, bloß meine ist 3 Sterne. 7 Schuhe jetzt braun. Hat ja nicht... Warum hat denn der das Ding nicht? Ah, Splittergneu, die bleibt schon. Die Splitter, da ist es weg. Kann man die Fegel auch rüber schiessen? Geht das? Hast du aber mit die Pekke jetzt mal? Nein! Ja, da wird ja da nichts da sein, meine ich. Neh mir mal erntet mich. Ist das wie ein Wasser? Ja, ne, weil ich da oben schwübe, tut mir doch das nicht. Neue, die Wasserratze. Die schiessen da noch auf mich. Ich darf schützen, willst du? Oh leck, jetzt haben wir ihn ja schon wieder. Wir können die ums Ekumisch schiessen. Die schiessen vielleicht nicht, komischerweise. Der ist hinter dir gestanden. Der ist hinter dir, den hab ich jetzt zusammen geschossen. Der ist hinter dir. Kannst du einen Platten oder was? Nein, ich glaube nicht. Schaufschied. Ich höre da vorne, ein Sting. Der ist vorbei. Wir schiessen da los. Der ist wieder. Der ist wieder. Wo ist die Granate? Oh, leicht. die Reine die der Rucksack für die Reine oder er schon wieder draußen die Sackrate Sackrate, Dino und der Pett wenigstens Ich hab kein Haustier. Ich hab kein Haustier. Nein, eher du. Das ist hart. Hey, warum ist der hinten vorne? Ohne Schneider. Schau mal her, du. Das ist der Wahnsinn. Hä? Halt rein. Ja bist du grad da, weil... Wie kommt denn jetzt der da ins Scheißhäsel rein? Er rennt da durch, schuft noch ein wenig... Ich warte extra auf dich. Ich schau... Auf dich oder extra vor? Ich geh bloß ein wenig, eh nicht zum Platten wechseln. Und dabei schießt die da jetzt zusammen vom Scheißhäsel raus. Woll doch grad erst du nicht. Steh, Alter! Direkt im Beschuss! Ich verstecke, du. Ich verstecke, du. Blätterl! 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 Viertel Wohin! Ah, Latterli! Bust du nicht! Bust du nicht? Was ist denn? Schwachschütz Ok Wird die sich gerade so verstecken oder weiß? Das gibt es ja nicht Du 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 Ist ja zusammgeschossen Weil da hinter der Mauer gestanden ist Da hinter der Mauer ist ja Da hinter der Mauer ist ja so eine Schützmauer wie es Wir registrieren erhöhte Aktivitäten Aufpassen Ich lass dich nicht sterben Kief miese Spritzen Los Jetzt können wir uns mit dem Ding auch noch Oh leck ich bin schon wieder hin Platten habe ich aber geschossen Wo bist denn du? Du hast uns ja gar nicht weg Warte ich komm gleich rein Weil da hat der Hubschrauber aber herunterlassen Ich schaff dich wieder auf die Bande Und jetzt mit dir auch Granaten draufwerfen Und dabei haben sie mich gekriegt Los Eine einzige Granate du Ja Was abgekriegt Du hinten führst du Echt? Oh leck Oh leck Ja ich komm nicht mehr rein Ich schaffs nicht mehr Ich hab was abgekriegt Jetzt haben wir kein Pate auch nicht mehr Hast du dazu schon verbraucht oder was? Ja nicht mehr jetzt gehabt Ich auch nicht Ah Mach Mach Hast du aufgeben? Ja fein Hätt's halt bloß die Ding Hätt's halt bloß die Tür zu brauchen Hätt's halt bloß die Tür zu brauchen Mauerblau Ja genau Ich hab mich nicht ganz verreckend Vielleicht hätte ein Mitspieler uns gesucht Ein Player Ok Jetzt ist es eh schön Nein die Lady Yes Battling Genau 2.000 So früh wie wir gut die Faceplotten koste Eier meier Wo sind? Hei du hast ja Gewehrte du B3 Talon 16 So kilo bin So kilo bin